Prinzessin Kate und Prinz William drängten darauf, etwas Wichtiges zu tun, um Online-Freaks zum Schweigen zu bringen. Der königliche Kommentator Richard Fitzwilliams sagt, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales später in diesem Jahr ins Ausland reisen sollten, um ihr aktuelles PR-Desaster zu beheben. Ein von einem Publikum im Windsor-Farm-Shop aufgenommenes Video ist ein Beweis dafür, dass es der Prinzessin von Wales gut geht. Es beweist, dass der Tsunami an Spekulationen im Internet nichts anderes als eine Lüge ist. Sie ist fit genug, um auch ein paar Einkäufe zu erledigen, was eine gute Nachricht ist. Die Aussage von Königin Elizabeth, ich muss gesehen werden, um geglaubt zu werden war noch nie wahrer. Wir verstehen, dass Catherine in Zukunft möglicherweise offen über die Krankheit sprechen wird, von der sie sich erholt hat. Dies würde zweifellos anderen helfen, wie es auch geschah, als König Charles Einzelheiten zu seinem Prostatalleiden mitteilte, was zu mehr öffentlichem Bewusstsein führte und begrüßt wurde. Es ist allgemein anerkannt, dass sie unter enormem Druck stand, da sie nach einer Bauchoperation schwer krank war, fast zwei Wochen im Krankenhaus verbrachte und sich danach erholte. Zu diesem Zeitpunkt wurden uns keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt, außer dass es sich nicht um Krebs handelte. Es wurde klargestellt, dass Kensington Palace uns nur dann informieren würde, wenn es etwas Wichtiges zu berichten gäbe. Dies bedeutete jedoch, dass sie zuletzt am Weihnachtstag mit dem Rest der königlichen Familie gesehen wurde. Zweieinhalb Monate lang gab es nichts offizielles Punkt, das war viel zu lang. Es kann jedoch durchaus sein, dass die Abneigung von Prinz William gegenüber dem, was er als Eingriffe in die Privatsphäre seiner Familie ansieht, der Hauptgrund für dieses Schweigen war. Er hat seine Familie immer an die erste Stelle gesetzt, was sich in der Art und Weise zeigt, wie er versucht hat, ihnen eine möglichst normale Erziehung zu ermöglichen. Eine gelegentliche offizielle Erklärung oder ein Foto, vielleicht mit einem Dank für die erhaltenen guten Wünsche, wäre klug gewesen. Dies wäre im Sinne der Botschaft von König Charles gewesen. Wir kennen die Einzelheiten der Krebsbehandlung, die er erhält, nicht. Allerdings wurde er als Staatsoberhaupt häufig gesehen, da er königliche Pflichten wahrnahm, während er nicht in der Lage war, königliche Verpflichtungen wahrzunehmen, was beruhigend ist. In dieser traumatischen Zeit war Königin Camilla sein Felspunkt, was Kensington Palace zweifellos beeinflusst hat, war das Ausmaß des Online-Drollings und die Verbreitung bizarrer Theorien in den Medien. Hinzu kommt die Bedrohung durch die Paparazzi. Die öffentliche Sympathie für Catherine wird enorm sein, sie wurde in einer neuen Ipsos-Umfrage zur beliebtesten Königin der Nation gewählt. Die Dinge nahmen eine beispiellose Wendung, als William sich im letzten Moment aus einer persönlichen Angelegenheit von der Trauerfeier für seinen Paten, König Konstantin, zurückzog, obwohl er in der Nähe stationiert war. Daraufhin wurden Spekulationen laut Punkt. Anschließend ging man davon aus, dass ein von William auf Genome Menace und am Mothering Sunday veröffentlichtes Bild von Catherine mit ihren Kindern ausreichen würde, um die Betroffenen zu beruhigen, von denen die meisten Catherine sehr gern haben. Meine erste Reaktion, als ich das Foto sah, war Freude, weil sie so gut aussah. Punkt. Dann stellte sich heraus, dass die großen internationalen Fotoagenturen es entweder nicht veröffentlicht oder mit der Begründung, es sei manipuliert, zurückgezogen hatten. Obwohl der Kensington Palace zunächst eine Stellungnahme verweigerte, entschuldigte sich Catherine auf Instagram und sagte, dass sie als begeisterte Amateurfotografin gelegentlich Fotos bearbeitet habe. Dies besiegelte ein außergewöhnliches Eigentor und sorgte weltweit für große Schlagzeilen. Dann wurde sie mit William in einem Auto gesichtet, das Windsor Castle verließ, was nie erklärt wurde und die Botschaft von König Charles am Commonwealth Day völlig in den Schatten stellte. Im Mittelpunkt stehen dabei die beiden Themen Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Als die Änderungen untersucht wurden, wie sie in unzähligen Nachrichtensendungen detailliert beschrieben wurden, schien es, dass sie hauptsächlich die Details der Kleidung der Kinder und möglicherweise auch den Hintergrund des Fotos betrafen. Catherine wollte offensichtlich ein perfektes Bild, aber diese Veränderungen waren keineswegs unheimlich. Was jedoch unerklärlich schien, war das Fehlen ihrer Ehe und Verlobungsringe, was zu massiven Spekulationen über ihre Ehe führte. Man fragt sich, wie es dazu kam und warum das PR-Team des Palastes dies nicht vor ihrer Freilassung aufgegriffen hat? Man sollte bedenken, dass das Nachbessern von Bildern nichts Neues ist, und es hat sich herausgestellt, dass das bezaubernde Foto von Königin Elisabeth mit ihren Enkeln und Urenkeln, das Catherine aufgenommen hat, offenbar ebenfalls bearbeitet wurde. In der Vergangenheit wurden die Büsten römischer Kaiser so geformt, dass sie zu ihren Bildern passten, und im Laufe der Jahrhunderte verbreiteten Porträtmaler-Propaganda, einige geschickt wie im Fall von Holbein und van Dijk, andere weniger geschickt. Das Aufkommen der Fotografie bedeutete offensichtlich, dass diese Praxis fortgesetzt wurde. Das berühmteste Beispiel war sicherlich Cecil Beatons prächtiges Bild von Elisabeth II. Im Krönungsgewand, das vor dem bemalten Hintergrund der Heinrich-Sieben-Kapelle in der Westminster Abbey entstand. Catherine beabsichtigt, ihre königlichen Pflichten Mitte April, nach den Schulferien, wieder aufzunehmen, obwohl sie zu Ostern durchaus in der Kirche gesehen werden kann. Ihre Rückkehr dürfte äußerst stressig sein, da jede Bewegung beobachtet wird. Es geht auch darum, ins Ausland zu reisen. Ein Besuch der Waleses ist der stärkste Ausdruck von Soft Power, den Großbritannien hat, da kein anderes Königshaus über dieses Gütesiegel verfügt. Sollte König Charles nicht in der Lage sein, am Treffen der Regierungschefs des Commonwealth im Oktober in Samoa teilzunehmen, wird Prinz William sicherlich einspringen und dies könnte ein Sprungbrett für eine Reise zu den Antipoden sein, hoffentlich mit Catherine. Die gemeinnützige Arbeit von William und Catherine wird zu Recht auch in Bereichen wie psychische Gesundheit, frühe Kindheit, Umwelt und Obdachlosigkeit gefeiert. Es ist jedoch klar, dass es sich um eine vermeidbare Krise handelte. Die Lösung besteht sicherlich darin, ein akzeptables Gleichgewicht zwischen Offenheit und Privatsphäre zu finden. Die Presse und die Öffentlichkeit müssen darauf vertrauen können, dass die Inhalte der Paläste echt sind. Die Alternative sind weitere PR-Desaster wie dieses Punkt Richard Fitzwilliams ist ein königlicher Kommentator, Filmkritiker und PR-Berater, der über 1. 500 Fernsehinterviews und viele im Radio gegeben hat. Von 1975 bis 2001 war er Herausgeber von The International Who's Who, dem Standardwerk seiner Art.